Wieso hast du irgendwas Tolles? Hast du etwa gekleckert oder so? Dass er dich gerade so dermaßen lecker findet? Ja stimmt, du hast ja eine langen Haarkatze, ja? Ja, deswegen wollte mein Freund auch keine langen Haarkatze. Ich wollte halbwegs eine, gut, jetzt sind es kurze Haarkatzen, bin ich auch natürlich mit zufrieden, ne? Also eigentlich wollten wir auch nie nochmal einen, ja so gesehen, einen spontanen Kauf. Also wir hatten uns überlegt, Katzen uns anzuschaffen. Aber ja, wir haben halt eben so gesagt, okay, wir gucken die erstmal uns an und dann gucken wir uns ein paar mehr an und so. Ja, dann haben wir die beiden gesehen und ja, haben uns auch sofort für die entschieden. Auch wenn wir eigentlich voll schüchtern waren oder so, aber irgendwie waren die, waren die wahrscheinlich deswegen einfach total süß einfach. Okay, dein Hund ist sehr, sehr merkwürdig. Oh, du guckst auch Let's Dance voll gern, ich auch. Kannst ja beides machen, Let's Dance gucken und gleichzeitig Livestream. Einmal kurz hier nochmal, oh ne, hallo. Hier, ähm, Mähne 69, ich weiß nicht, wie man seine Mähne hinbekommen kann. Also es ist mir ein Rätsel. Okay, du bekommst jetzt trotzdem erstmal was zu essen und was zu trinken. Äh, und hier einen Apfel, Mais, Weidegras nochmal. Und dann nochmal Wasser. So, zack, 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 zack. So, könntest du denn bitte was fressen gehen? Wäre sehr, sehr nett von dir, mein kleiner Peggy. Nein, der Stream ist, äh, der Stream ist noch nicht vorbei. Ne, ne, so, so habe ich es jetzt auch nicht gemeint. Ja, das finde ich gut. Wenn ihr darüber hier in meinem Chat distributierfähig, dann finde ich das toll. Sehr schön. Wird auch die Laufenden gehalten. Achso, du hast ja was getrunken und was gegessen, mein Pferdchen, ne? Dann hole ich mal dein Longierzeug. Dann können wir dich mal hier longieren. Guck mal. Zack. Ah, du bist... Oh, wolltest du dich eigentlich währenddessen noch streicheln? Aber es geht anscheinend nicht. Na, hast du Lust auf ein bisschen Bewegung? Schön, ich werde so toll hier informiert. Finde ich, finde ich gut. Oh, ja. Oje, warum das denn? Oje, Mensch, deine arme Mutter. Ja, Tami, ich habe Skype. Achso, oder hast du jetzt Yara gemeint? Vielleicht auch allgemein gemeint. Also, ich habe eigentlich Skype, ja. Vielleicht findest du mich, vielleicht findest du mich auch nicht. Ich würde es nicht sagen. Nein, das weiß ich noch nicht. Erstmal noch nicht. Ich weiß es gar nicht, wer mein Liebling bei Let's Dance ist. Wer ist denn deiner Yara? Und von Tami, Tami, du kannst das ja auch mal sagen. Welcher auch deiner Lieblings Let's Dance ist. Oh, schade Tami. Aber okay, kann ich gut verstehen. Okay. Dann mach's mal gut und Dankeschön fürs Beisein. Tschüss. Okay, wer ist jetzt eigentlich noch alles so hier dabei? Bestimmt Yara und ich nur noch. Nein, bestimmt auch noch ein paar andere. Ich wollte ja nur mal Spaß machen. Aber dann mach's mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben so ein leistungsstarkes Fohlen Ja, das muss ich auch sagen, dass es gerade richtig ruhig geworden ist Wir haben anscheinend gerade keine mehr Lust, irgendwie hier zu schreien Seid ihr denn schon alle gegangen? Seid ihr jetzt auf einmal alle weg? Ihr könnt mich doch nicht so allein lassen Ja, das ist ja auch nicht so schön Ja, das ist ja auch nicht so schön Ja, das ist ja auch nicht so schön Ja, das ist ja auch nicht so schön